Ja mann, sorry! Also Nicole, woran ist das tote Meer gestorben? Welche Farbe hat ein Spiegel? Was zählen Schafe, wenn sie müde sind? Und kann der Meeresspiegel zerbrechen, wenn man einen Sehstich? Macht euch ready, damit wir anfangen können! Welche Farben haben Flümpfe, wenn man sie erwürgt? Oh ja, es tut mir doch leid! Dann spielt ihr gleich halt ne Hunde alleine ohne mich, dann kann ich weinen! Nein! Ich komm mit! Dann können wir zusammen weinen! Ich kann alleine weinen, ich bin schon groß! Nein, kannst du nicht! Ich muss dich dafür schlagen! Du willst ja nur wieder, dass ich festhalte! Ja! Dann ordentlich den Hirben wirken! Juhu! Ei! Tut mir leid, ich bin lesbisch! Nein! Auf die Knie, Falb, die Hände in die Luft reißen! Nein! Hallo, herzlich willkommen zu der ersten Aktionärsversammlung von Vortex Logistics AG! Sie haben bei mir gerade exakt dieselbe Animation! Im Gleichschritten Marsch! Ich glaub der Kinder denkt's jetzt auch! What? Deutsche Aktionäre rollen da! Wird er auch die Blutflecken an derselben Stelle? Ja! Ja! Welch Zufall! Das war wieder Unsinn! Ich glaub, er sitzt grad da und wechselt zwischen Bereit, Zurück! Bereit, Zurück! Bereit, Zurück! Bereit, Zurück! Fuck it! Ich lass das doch... Ohhhh! Er ist krass! Also wir kommen jetzt in der Limousie voll vorgefahren! Lustig wär's, wenn der Kinder jetzt auch noch ein Smoking tragen würde! Das wär so geil! So ein Hobby mit nem Smoking! Das hätte richtig Stil! So als Gimmick oder was? Ja, Mann! Ohhhh! Ohhhh! Ich werd das so feiern! Wie's doof ist, wenn ich jetzt einen von euch sehe, weiß ich nicht wen ich sehe! Hat Michael Myers nicht das Smoking an? Vielleicht hat er mich jetzt allerdings auch nur zur Luke gebracht, weil ich nicht mehr gewiggelt habe! Oder weil ich's geschafft hab, so lange vor ihm mich zu verstecken! Weil der ist einmal wirklich direkt an mir vorbeigelaufen und hab mich angeblich nicht gesehen! Jaja! Vielleicht wollte er, vielleicht hat er einfach nur so getan, dass er dich nicht sehen würde! Und dann irgendwann konnte er einfach nicht mehr so tun, dass er dich nicht gesehen hätte! Irgendwann hatte er dann keinen Bock mehr und musste pinkeln oder so! Nur wie ich! Genau! Ich muss passen! Ich geh eigentlich nicht zur Luke, du blöderste Weiber! Ich bin dreimal an der Luke vorbeigelaufen, wo ich dann gesehen hab, wo sie war! Die war wirklich so zwischen zwei Bäumen versteckter, Scheiß-Style! Ohhhh! Und er schmeißt mich da so einfach vor Luke, so PAM! Hier geh! Oh! Out to Heaven! Na toll! Juuu! Ah, wo ist meine Limousine? Ich will sie fahren! Mit dem Großfinger hier und seinen Ringen, Alter! Der hat zwei Stück, oder? Ah ja! Der hat voll in Kontrolle! Der hat voll im krummen Rücken, Alter! Das ist nicht gesund! Dead Ass! Leute, guckt hier ein bisschen Fanservice! Oh, Dead Ass! Wer ist das? Der voll im krummen Rücken, das ist nicht gesund! Glaube ich! Wer bist du? Ich hab medikiert! Bist du das? Hm? Ich bin der Aktionär mit der Tasche! Ich gehe gerade in den Keller rum! Okay, dann ist das Brother! Warum? Der mit mir hier am Generator hockt? Welchen Generator? Der hier! So! So! Wer ist der Generator? Der, an dem wir rumdoktern, tun wir! Wer ist es eigentlich? Ich hab ihn noch nicht gesehen! Ein Smoking! Ein fliegender Smoking! Genau, wir werden jetzt von einem unsichtbaren Smoking gejagt! Oh! Ding, bumm! Scheiße! Sorry! Ich werde jetzt gleich wissen, wer der Killer ist! Es ist ein Fallensteller! Er hat mich fast bekommen! Okay! Bei mir am Generator war niemand! Er hat mich ja nur nicht gesehen gehabt! Arsch, 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 Arsch! Alter, der hat Ass, Alter! Oh, der ist neben mir! Aua! Der hat kein Smoking an! Der ist wütend! Hey, dann müsstest du doch, du, Fire! Du blödes Arschloch! Achso! Oh, ich hasse dich so sehr, Junge! Ich bin gerade im Keller! Ich hasse dich so sehr, hallo! Ich hasse dich so sehr, hallo! Oh, guten Tag, die beiden! Ich hasse dich so, Alter! Was denn? Du bist so eine Kackpust, ganz ehrlich! Das ist sehr kämpflich! Dafür darfst du das Wunder holen gehen! Tschüss! Okay, er kommt wieder zurück! Vortex, komm mit! Er kommt wieder! Er hat eine Falle besorgt! Ich bin auf dem Weg! Also, ich bin der mit dem Medikisten, ne? Jetzt hat er eine Falle vor mir gelegt! Ich hab ihn nur Generator noch gefunden! Da liegt eine Falle vor mir! Direkt unter mir! Er kommt Richtung jemanden, der da hinten steht! Der ist an dem vorbeigelaufen! An den anderen auch! Ich glaub, den anderen hat er gesehen! Jetzt hat er den anderen gehauen! Ausweichen, damit du... Wo ist die Falle? ...unterholen kannst! Geh dich direkt vor mir! Unter mir! Der sieht dich! Der kommt zu dir! Der ist hinter dir! Ähm! Hä, warum bin ich gedruckt? Jetzt muss ich Space-Taste drücken! Warum ist da ein Zensur-Balken? Ja, mal recoveren können oder so, ne? Der ist noch bei mir in der Nähe! Ich weiß, ich seh ihn! Ich krieg ihn die ganze Zeit um den Killer rum, aber er sieht mich nicht! Oh! Falle, Falle, Falle! Äh... Falle entschärfen! Haltet durch! Nein! Oh nein! Nein! Okay, jetzt ist weg drin! Egal, egal, egal! Heilt euch erstmal gegenseitig! Halt euch! Der ist hier! Wo ist... Wo? Oh nein, er ist weggelaufen! Okay, er kommt zurück! Halt euch! Halt euch sofort! Halt du erstmal! Okay, ihr müsst aufpassen! Der liegt zwischen die Palettenpfeilen! Nein! Verraten sie mich! Nein! Schön, heilt euch! Ich... Ich fass keine Männer an! Sowas tue ich! Ich bin eine Frau getarnt als Mann! Als Mauer! Heil ihn! Ja, ja! Feier, machst du das? Bei mir ist keine Falle, aber der kämpft mich ab! Momentan noch! Okay, er hat eine Falle geholt! Und kommt zurück! Und kommt zurück! Das müsst ihr machen! Wer geht zu ihr hin? Nö! Der... Bleib! Bleib weg! Der kämpft mich ab! Ich kann es nicht machen! Ich bin verletzt! Ihr braucht eh nicht kommen! Der kämpft mich ab! Der geht nicht weiter weg als 3 Meter! Hat er jetzt eine Falle eigentlich dahin geholt bei dir? Ja, ja! Der hat eine Falle unter mir! Jetzt ist er gerade direkt... Reagiert er darauf? Ne, der ist hinter Fire hier, glaube ich! Ja, jetzt hat er Fire! Jetzt könnte er... Jetzt kann es schnell einer versuchen! Er doch nicht! Er ist wieder hier! Ich hasse das! Warum kriegen wir denn jetzt schon wieder nur Camper? I don't know! Die Strafe dafür, dass ich es gerade gewonnen habe, oder was? Also, nicht direkt gewonnen! Das war, gewinnen das! Wo gehe ich denn hin? Lalalalalalalalalalalalalalalalalala Was ist der Typ gegen Leute mit Anzug? Danke! Der hat keinen Anzug! Der hat keinen Anzug! Wo bist du hin? Na, da bist du! Bist du zu dem Generator gegangen, der da angeschaltet ist? Ja! Ich bin hier hinter! Gut! Hier! Hier hilft die! Wir müssen unbedingt Fire irgendwie erwischen! Ich bin ganz da! Verbrennt die? Der Feinsteller ist in unserer Nähe! Der Feinsteller! Ne, ich sehe ihn! Ich habe hier den Blick! Aber er kommt nicht zu uns! Er redet einen weiten Bogen um uns rum! Soweit jetzt auch nicht! Ich versuche mal zur Fire zu kommen! Ich bin am Ausgang! Bist du immer noch da hinten, Fire? Ich bin am Ausgang! Ich bin am Ausgang! Okay! Jetzt darfst du aus dem Haus! Ne, in der Hütte! Aber nicht die normale Hütte, sondern so eine andere Hütte! Ja, 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 ja! Ich bin schon auf dem Weg! I'm on my way! Don't die! Please don't die! Der Herr! Der Herr! Erstmal schön meinen Anzug wieder richtig flicken! Der Killer rennt hier gerade rum! Ich weiß nicht, ob er einen von euch gesehen hat! Mich hat er Gottseidamm nicht gesehen! Was zum Torsten! Gut, dass du Mr. Gregor! Er kannst du dich verdammt gut bei Reifen verstecken, weil der genauso grau ist! Der wird jetzt zu uns kommen, ne? Mhm! Oh! Ja! Jetzt sowieso! Ne! Ne, das schaffen wir doch! Das schaffen wir doch! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Er kommt vor links! Das schaffen wir nicht mehr! Ja! Schlag mich los! So! Noch ein Generator! Wie weit war euer Generator? Lockst du ihn weg? Dann mach ich den Jen fertig! Ja, ja! Und das Tor hier hinten dann auf! Knüffel, schnüffel! Weil es möglich ist! Hey! Knüffel, schnüffel! Genau! Knüffel! Nicht rennen! Da wo der Jen fertig ist, mach ich den Ausgang auch so fertig! Ja! Nicht rennen! Wir machen den anderen auf! Wir gehen zum anderen Brother und ich zum anderen! Nicht rennen! Erstmal rennen! Ja, ja! Ja, jetzt! Beim Ausgang ist was anderes! Ja, ja! Ah ja! Wo bist du? Ich bin jetzt gleich da am Ausgang! Bei dem wo wir waren? Ja! Okay! Regenburg ist offen! Wie? Ausgang ist offen! Ich geh da hin! Der hinter dir her? Ja! Mach auf! Mach schneller auf! Geh weg! Nein! Ich geh doch nicht weg! Oh nein! Aua! Auf jeden Fall kein Nöt! Warte! 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 Mach schneller auf! Mach schneller! Oh Gott! Ganz da hinten! Ah, da bin ich nicht! Wie sieht es aus da hinten mit dem... Oh! Ich bin tot! Ich muss jetzt aufpassen, was da jede Falle dahinter ist! Ich bin tot! 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 Seht ihr da beim Haken? Ja toll! Er legt eine Falle direkt da vorne! Von dem Haken! Lauf! Von dir aus rechts am Rand komplett lang! Da ist ein Generator vor dem anderen Ausgang fertig! Gucken wir uns nochmal um! Ich hab die Luke gefunden! Toll! Ja man sterbt alle beide! Und dann kann er weg! Geh durch die Luke! Ach man! Oh kacke Arschloch! Aber das lohnt sich nicht, oder? Bist du tot wenn du hängst? Nee, ich hab noch nicht gehangen! Kriegen wir nicht hin, das ist zu weit weg! Und der Ausgang ist leidlich nicht! Er bringt mich eh in den Keller, wenn ihr fertig habt! Er bringt mich in den Keller! Wiggle schneller! Das hat keinen Sinn! Er hilft doch kein Wiggeln! Was bist du da? Weiß ich nicht! Er legt eine Falle direkt unter mich! Ja natürlich legt er eine Falle direkt unter dich! Da bin ich nicht! Er geht raus! Bin aber noch nicht drin! Oh, das sieht lustig aus! Er ist der Zauberer! Also was macht ihr beiden jetzt? Soll ich einen Fluchtversuch starten oder was machen wir jetzt? Ja, wir sind viel zu weit weg von dem! Wir sind am anderen Ende der Karte! Er hat's geschafft! Er ist jetzt in die Falle gesprungen! Idiot! Warte! Stell dich mal hier vor! Hier kann ich ja nichts für! Hallo! Hallo! Arschlochkler! Wie der Ziemann raus springt! Wie du schon mal rausfeierst! Der ist jetzt eh gut! Gehst du durch die Luke? Ja, ich will die Luke! Ich will die Luke! Bei Schatz ist noch ein zweites Loch! Nein! Ich habe immer Punkte verdient! Du gehst raus! Los! Du gehst raus! 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 Ich könnte jetzt mal gehen! Du gehst raus! Boah, ich hab mich jetzt, ne? Du gehst raus! Ja, komm hier! Bisslack! Komm, hier! Die schlechte Männerregel! Okay, ich geh raus! Ich habe jetzt keine Lust damit, mich doof zu strugglen, während ihr euch nicht entscheiden könnt, wer jetzt raus geht und wenn nicht! Aber es ist Struggle-Gepunkte! Er hat mich gestruggelt! Die Tür geht nicht auf! Ah doch! So was ist total unnötig, dass die Luke genau am Ausgang ist! Ja! Struggle is real! Ich glaube, ich habe gerade meine Quest verwendet! Ey, immerhin habe ich am zweitvielsten Punkte bekommen! Fuck you! Fuck you! Ja, das stimmt! Zu dir! Fuck you! Fick dich, Camper! Hab ich nicht gesagt! Ja! Hab ich nicht gesagt! Hat sie nicht gesagt! Hat sie nicht gesagt! Hab ich nicht gesagt! Hat sie gehustet! So, eine neue Runde! Aber nächstes Mal nehme ich wieder meine andere Survivorin, das ist der Grauen von mir! Ja! Boah, das geht gar nicht, ey! Aber jetzt muss ich gerade mal gucken! Oh ja, ich habe meine Quest fertig gehabt! Geil! Geil! Schön!